Es ist das erste Mal, dass man eigentlich in der Schweiz einen Veloladen hat mit einem Drive-In, wo Kunden mit dem Velos direkt in den Laden fahren können. Also man sieht im Hintergrund die Eingangsttür und da kann man also nicht nur mit dem Kinderwagen rein, sondern man kann auch direkt mit dem Velos rein fahren und es hat dann den Velosabstellplatz. Die neue Lade Bern bedeutet für mich vor allem auch mein Herzblut drin, das ich umsetzen konnte, die vielen Futures, die wir hier drin eingebaut haben, die Ideen, die wir hatten. Wir hatten auf dieser Fläche Platz, um das zu umsetzen. Es ist einfach unsere Alme vom Veloplus und auch mein Herz gut ist im Velofahren und das ist eine richtige Velowelt. Eigentlich wie ein Traum, den man hätte bauen und erfüllen können. Bis zum nächsten Mal!